So, wir sind wieder zurück, wo alle zusammen? Hallo! In unserem kleinen Anfangsgebiet, bei unserem Häuschen, an unserem Strand, wo unsere Galerie steht, wir haben sie diesmal etwas weiter draußen gebaut. Ich wollte es mir diesmal wieder einfach nicht nehmen lassen, wenn Miss Rädiger die Galerie wieder vom Stapel lässt. Mal schauen, ob sie diesmal wieder tanzt. Ich hoffe nicht, weil sonst wird er wieder sauer und ich spüre es dann. Da darf ich dann sonst wieder alleine spielen für einen Raum in Zeit, bis er sich wieder beruhigt hat. Wir hoffen mal, dass wir es anbereit. Ja. Ich mache das mal alles jetzt im K-Modus, dass man alles schön sieht. Und da muss ich jetzt mal rauf. Komm, nicht runterfallen. Echt, jedes Mal derselbe Scheiße. Komm da einfach nicht drauf. Dauern, falle ich runter. Echt. Warte mal. Ja, endlich. Das ist so gefinkelt mit den Stiegen. Ich finde das echt. Rein, 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 nicht raus. Dann schalten wir mal in den Weitsichtmodus, damit wir auch was sehen. Bitteschön, sie dürfen. Sie schwimmt, wie schön. Sie schwimmt. Traumhaft. Wir haben eine Galerie, die nicht absäuft. Fast. Alle Kanonen sind fast alle Kanonen durchgeladen, was ich gehört habe. Fast alle. Fast alle. Wir werden einfach versuchen, komischen grünen und roten Schiffchen weiträumig aufzureichen. Ja, aufzureichen, bis wir mal. So, gehst du ans Ruder? Und du läufst bei den Masten hin und her? Ja. Toll. Toll. Oh Mann, 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 ist da viel Rot. Da ist so viel Rot. Also, so sollte man nicht aus dem Hafen fahren. Wir tun's trotzdem. Schön sachte. Letzte Schädel. So, ich habe nur eine Ratte. Oh, schön. Wir haben das auf dem Tiefchen drauf. Der böse Engel. Wo ist ein Freeport? Eigentlich Angry heißt ja Kranty. So, wir müssen nach rechts. Rechts? Wie viel? 90 Grad. Was heißt rechts? Steuerbord oder Backbord? Backbord, oder? Steuerbord ist für rechts, Backbord ist für links. Egal, wir sagen einfach rechts und links. Wir haben ein paar Dinger. Gegenwind. Ja. Kleinweise drehen. Na, dann fahren wir mal eine Runde. Na, dann fahren wir mal eine Runde.